Als die Uhr des Fortschritts stetig in die viktorianische Ära tickte, fand sich die Gesellschaft in einem verwickelten Netz aus Moralität, Recht und dem Streben nach wissenschaftlicher Aufklärung gefangen. Dies war eine Zeit, die durch starke Kontraste geprägt war, eine Periode von 1837 bis 1901, in der der glänzende Schein der Anständigkeit eine morbide Faszination für Verbrechen und das Makabre verbarg. In den düster beleuchteten Gassen Londons, wo der Nebel fast mitschuldig daran schien, Akte der Schurkerei zu verbergen, entstand eine neue Art von Verbrechen. Berüchtigte Namen wie Jack the Ripper wurden zum Synonym für Terror und ihre abscheulichen Taten warfen lange Schatten auf die Kopfsteinpflasterstraßen. Doch jenseits der sensationellen Zeitungen der Zeit entfaltete sich eine systematischere Form des Schreckens in den kalten, sterilen Mauern von Besserungsanstalten. In dieser Welt war das Justizsystem so starr wie die gesellschaftlichen Normen, wobei die Strafen oft hart und unerbittlich waren. Schuldnergefängnisse wie das Marshallsea, berühmt für die Inhaftierung des Vaters von Charles Dickens im Jahr 1824, waren überfüllt. In der Zwischenzeit sah der Transport zu Strafkolonien in Australien. Eine Praxis, die in den 1830er Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Tausende für so geringfügige Verbrechen wie Brotdiebstahl verbannt. Inmitten dieser Landschaft der gerichtlichen Strenge entstand das Anatomy Act von 1832 als düstere Lösung für ein makabres Problem. Vor diesem Gesetz waren nur die Körper hingerichteter Mörder legal für anatomische Studien verfügbar, was zu einem grausigen Schwarzmarkt für Leichendiebstahl führte. Dieses Gesetz jedoch erlaubte die legale Sezierung von nicht beanspruchten Körpern aus Arbeitshäusern und Krankenhäusern und vertiefte ungewollt die Kluft zwischen Reichen und Armen. Wie viele arme Seelen fielen diesem Gesetz zum Opfer, als bloße Werkzeuge für den wissenschaftlichen Fortschritt betrachtet? Wie fühlten sich Familien, die wussten, dass ihre Liebsten im Namen des Fortschritts seziert werden könnten? Charles Dickens, der produktivste Chronist dieser Ära, zitierte einmal Mord ist immer ein Fehler. Man sollte niemals etwas tun, worüber man nicht nach dem Abendessen sprechen kann. Diese Aussage unterstreicht die düstere Realität des Verbrechens während der viktorianischen Ära, einer Zeit, in der Anstand und Erscheinungen oft die dunklere Unterseite der Gesellschaft verbargen. Begleiten Sie uns, wenn wir uns in die gasbeleuchteten Straßen des viktorianischen Englands begeben, wo die Linie zwischen Fortschritt und Moralität so verschwommen war wie der Nebel über der Thämse. Willkommen im Tagebuch des Julius Caesar. Schatten in Whitechapel. Das anhaltende Mysterium um Jack the Ripper. In den Annalen der Kriminalgeschichte rufen wenige Namen so viel Faszination und Schrecken hervor wie Jack the Ripper. Diese schattenhafte Gestalt, deren Identität nach wie vor in Geheimnis gehüllt ist, tauchte aus den nebelverhangenen Straßen des viktorianischen Londons auf, um eine Reihe von erschreckenden Morden zu begehen, die die Welt seit über einem Jahrhundert in ihren Bann ziehen. Das Jahr war 1888 eine Zeit starker Kontraste in London. Die Stadt, ein pulsierendes Zentrum des britischen Empires, war auch ein Ort, an dem Armut und Reichtum Seite an Seite existierten. Im East End, im Bezirk Whitechapel, gedieh die dunklere Seite der Stadt. Hier, inmitten der schmalen, gasbeleuchteten Gassen, wandelte ein Raubtier, dessen Taten bald Schockwellen um die Welt senden sollten. Die Herrschaft des Terrors des Rippers begann am 31. August 1888 mit dem brutalen Mord an Mary Ann Nichols. Ihr Körper, entdeckt in der Bugs Row, wies die grausamen Merkmale auf, die synonym mit den Rippermorden werden sollten. Tiefe Kehlenschnitte, Bauchverstümmelungen und eine Wildheit, die von tief sitzendem Zorn sprach. Die Unterwelt der Stadt war Gewalt nicht fremd, aber dies war anders, dies war etwas Bösartigeres. Als die Herbstblätter zu fallen begannen, ruhte die Klinge des Rippers nicht. Annie Chapman, am 8. September im Hinterhof der Hanbury Street Nummer 29 gefunden, war das nächste Opfer. Ihre Verletzungen waren schwerwiegender als die von Nichols und deuteten auf eine zunehmende Kühnheit des Mörders hin. Die Straßen von Whitechapel, bereits in Elend getaucht, pulsierten nun mit einer spürbaren Angst. Die Morde schickten Schockwellen durch die Londoner Gesellschaft und erreichten ihren schrecklichen Höhepunkt in der Nacht des 30. Septembers. Bekannt als das Doppelereignis. Elizabeth Stride und Catherine Eddowes wurden innerhalb von Stunden und nur wenige Straßen voneinander entfernt ermordet. Die schnelle Abfolge dieser Morde deutete auf einen Mörder hin, der zunehmend dreister wurde, seine Kühnheit nur durch seine Unerreichbarkeit übertroffen. Der letzte Akt dieses makabren Spiels des Rippers kam mit dem Mord an Mary Jane Kelly am 9. November, in ihrem Zimmer in der Millers Court Nummer 13. Ihr Tod war bei weitem der grausamste, ihr Körper einer bisher in den vorherigen Morden nicht gesehenen Metzelei unterzogen. Die Präzision der Schnitte ließ einige spekulieren, dass der Mörder anatomisches Wissen hatte, vielleicht sogar eine medizinische Ausbildung. Dieser erschreckende Gedanke trug nur noch mehr zum Rätsel seiner Identität, B.I. Die Panik in Whitechapel, angeheizt durch diese schrecklichen Ereignisse, wurde durch den Medienrummel verschärft. Zeitungen, sowohl lokale als auch internationale, lieferten anschauliche Details der Morde, ihr sensationslüsternes Berichten, schürte das Feuer von Angst und Faszination. Der Ripper schien unterdessen in dieser Berühmtheit zu schwelgen, indem er angeblich höhnische Briefe an die Polizei und Presse schickte, einschließlich des berüchtigten Aus-der-Hölle-Briefes, den George Lusk vom Whitechapel Vigilance Committee erhielt. Diese Briefe, voll von gruseligen Prahlereien und düsterem Humor, mystifizierten die Persona des Rippers weiter. Als sich die Ermittlungen entfalteten, angeführt von Figuren wie Inspektor Frederick Eberlin von Scotland Yard, tauchte eine Vielzahl von Theorien und Verdächtigen auf. Von Metzgern bis zu Ärzten, von lokalen Bewohnern bis zu ausländischen Seeleuten, die Liste der potenziellen Täter schien ebenso vielfältig wie unentschieden. Die Polizei, trotz ihrer Bemühungen, fand sich in einem Nebel gefangen, so dicht wie der, der die Straßen von Whitechapel umhüllte. Die Identität des Rippers löste endlose Spekulationen aus. Herausragende Theorien stellten Verdächtige wie Montague John Druitt, einen Anwalt mit einem problematischen Geist, Aaron Kosminski, einen polnischen Friseur mit einer Geschichte psychischer Krankheiten und sogar Walter Sickert, einen renommierten Maler, dessen Kunstwerke einige glaubten, kryptische Hinweise auf die Morde enthielten. Jede Theorie hatte ihre Befürworter, aber keine brachte die Gewissheit, die nötig war, um den Fall zu schließen. Als 1889 anbrach, wich der Schatten des Rippers von den Straßen Whitechapels, hinterließ ein Vermächtnis von Angst und Faszination, das bis heute andauert. Der Ripper war ebenso mysteriös verschwunden, wie er aufgetaucht war, seine Identität hinter einem Schleier aus Zeit und Legende verborgen. Der Schatten des Galgens, der blutige Code im viktorianischen England. In den frühen Jahren des viktorianischen Englands warf ein drakonisches Rechtssystem einen langen, dunklen Schatten über das Land. Bekannt als der blutige Code war dieses Gesetzeswerk, das in Jahrhunderten rechtlicher Entwicklung verwurzelt war, im 19. Jahrhundert auf seinem Höhepunkt und kennzeichnete eine Ära, in der Gerechtigkeit oft schnell, streng und endgültig war. Der blutige Code war ein düsteres Geflecht von Gesetzen, in dem eine erstaunliche Vielfalt von Verbrechen, viele davon heutzutage als trivial angesehen, mit dem Tode bestraft wurden. Die Ursprünge des blutigen Codes gehen auf das späte 17. Jahrhundert zurück, aber es war während der frühen viktorianischen Periode, dass seine Präsenz am stärksten spürbar war. Auf seinem Höhepunkt trugen über 200 Vergehen die Todesstrafe. Dieses harte rechtliche Rahmenwerk war ein Spiegelbild der sozialen und wirtschaftlichen Ängste der Zeit. Es war eine Periode, die durch schnelle Industrialisierung und Urbanisierung gekennzeichnet war, was zu wachsenden sozialen Disparitäten und Unruhen führte. Die herrschende Klasse verstärkte als Reaktion das Rechtssystem, um Eigentum und soziale Ordnung zu schützen, oft auf Kosten von Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit. Das Spektrum der Kapitalverbrechen unter dem blutigen Code war erstaunlich breit. Verbrechen wie der Diebstahl von Waren im Wert von über einem Schilling, das Fällen eines Baumes und sogar die scheinbar harmlose Handlung, sich als Chelsea-Pensioner auszugeben, waren alle mit dem Tod bestrafbar. Der berüchtigte Fall von James Pratt und John Smith im Jahr 1835, die für das Verbrechen der Unzucht hingerichtet wurden, ist ein krasses Beispiel für die Härte des Codes und die gesellschaftlichen Werte, die er durchsetzen wollte. Die Durchsetzung des blutigen Codes führte oft zu öffentlichen Hinrichtungen, Schauspielen, die große Menschenmengen anzogen. Der Fall von Eliza Fanning im Jahr 1815 ist bezeichnend. Sie wurde wegen des Versuchs, die Familie ihres Arbeitgebers zu vergiften, eine Anklage, die sie vehement bestritt, hingerichtet und zog tausende von Zuschauern in Newgate Prison an, von denen viele an ihre Unschuld glaubten. Ihr Fall löste öffentliche Debatten und Empörung aus und hob das wachsende Missfallen an der gnadenlosen Natur des blutigen Codes hervor. Der berüchtigte Richter Jeffreys, bekannt als der Henkerrichter, war ein notorischer Vollstrecker des blutigen Codes. Sein Vermächtnis, insbesondere sein Verhalten während der blutigen Assisen von 1685, verkörperte die rücksichtslose Anwendung dieser Gesetze. Obwohl seine Aktionen das viktorianische Zeitalter vorweg nahmen, war sein Schatten in der kollektiven Erinnerung groß, symbolisierte die Gnadenlosigkeit des Justizsystems. Die Existenz des blutigen Codes hatte auch Kritiker, selbst aus dem Establishment. Sir Samuel Romilly, ein Rechtsreformer, begann die brutale Natur des Codes herauszufordern und stellte berühmt fest, das Gesetz, das für einen Diebstahl von 40 Schillingen in einem Wohnhaus die Todesstrafe verhängt, erscheint mir als wild und unmenschlich. Seine Bemühungen stießen zunächst auf Widerstand, führten aber schließlich zur schrittweisen Aufhebung vieler dieser drakonischen Gesetze. Romillys Arbeit legte den Grundstein für ein humaneres und rationaleres Rechtssystem, obwohl der Wandel langsam war und oft auf Widerstand von denen stieß, die befürchteten, dass Nachsicht zu erhöhter Gesetzlosigkeit führen würde. Mit dem Fortschreiten des 19. Jahrhunderts begann der blutige Code sich aufzulösen. Die wachsende Ablehnung der Todesstrafe, angetrieben durch Fälle von Justizirrtümern und öffentlichen Hinrichtungsspektakeln, führte zu einer Neubewertung des Systems. Die Härte des Codes wurde zunehmend nicht nur als moralisch unhaltbar, sondern auch als Abschreckungsmittel gegen Verbrechen als ineffektiv angesehen. Diese Änderung der Perspektive wurde teilweise durch die Arbeit von Schriftstellern und Intellektuellen beeinflusst, die die Ungerechtigkeiten und Absurditäten des Systems hervorhoben. Charles Dickens mit seinem scharfen sozialen Kommentar kritisierte oft die Härte des Rechtssystems. In Oliver Twist 1837 hob er eindrucksvoll die Absurdität und Grausamkeit des Gesetzes durch das Schicksal seiner Figuren hervor. Die Verschiebung in der Rechtsphilosophie war schrittweise aber unverkennbar. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele der Kapitalverbrechen abgeschafft, was den Geltungsbereich der Todesstrafe erheblich reduzierte. Diese Periode markierte einen Wendepunkt, als die Gesellschaft begann, den Wert harter Strafen in Frage zu stellen und alternative Ansätze zu Verbrechen und Strafe in Betracht zu ziehen. Der Schatten des Galgens. Öffentliche Hinrichtungen im viktorianischen England. Im Gewebe des viktorianischen Englands, einer Zeit, die durch strenge Moralvorstellungen, industriellen Fortschritt und ein großes Reich geprägt war, existierte eine Tradition, die in starkem Kontrast dazu stand und tausende von Menschen anzog. Öffentliche Hinrichtungen. Dieses Schauspiel, eine Mischung aus Gerechtigkeit und Theater, blieb bis 1868 eine gängige Praxis und zeichnete ein lebhaftes und oft grausames Bild der gesellschaftlichen Normen und des Wertes menschlichen Lebens im 19. Jahrhundert. Die viktorianische Ära, die sich von 1837 bis 1901 erstreckte, war eine Zeit bedeutender Veränderungen. Doch mitten in diesem Wandel blieb das Ritual der öffentlichen Hinrichtungen bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine Konstante. Diese Ereignisse waren nicht nur Akte der Gerechtigkeit, sie waren gesellschaftliche Zusammenkünfte, tief im Gewebe der Gesellschaft verwurzelt, wo die Grenzen zwischen Unterhaltung und Moral verschwammen. So zog zum Beispiel die Hinrichtung von Edward Oxford wegen des Versuchs, Königin Victoria im Jahr 1840 zu ermorden, eine große Menschenmenge an, die die gemischte Angst und Faszination der Öffentlichkeit für regizidale Manie widerspiegelte. Öffentliche Hinrichtungen fanden außerhalb von Gefängnissen statt, wie Newgate in London, wo der Galgen als unheilvolles Symbol der Endgültigkeit des Gesetzes stand. An Hinrichtungstagen verwandelte sich das Gebiet in einen geschäftigen Knotenpunkt, wimmelnd von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Verkäufer boten Essen und Souvenirs an, Kinder spielten zwischen den Menschenmassen und die Leute drängten sich um die beste Aussicht auf den Galgen. Es herrschte eine makabre Festatmosphäre, untermauert von einer kollektiven Faszination mit Tod und Gerechtigkeit. Eine der berüchtigtsten Hinrichtungen war die von William Palmer, bekannt als der Rugley Giftmischer. Palmer, der 1856 wegen der Vergiftung seines Freundes John Cook verurteilt wurde, zog schätzungsweise 30.000 Zuschauer an, ein Zeugnis für das öffentliche Interesse an solchen Spektakeln. Der Fall hatte die Nation gefesselt, wobei Palmers kühle Haltung und die abscheuliche Natur seiner Verbrechen zur morbiden Anziehungskraft beitrugen. Die Hinrichtung von Frederick und Maria Manning im Jahr 1849 war ein weiteres Ereignis, das die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Das Paar, das wegen des Mordes an Marias Liebhaber verurteilt wurde, wurde nebeneinander gehängt. Eine Seltenheit, die zur düsteren Anziehungskraft des Spektakels beitrug. Tausende versammelten sich mit Charles Dickens unter den Zuschauern, der später seine Abscheu über die Szene ausdrückte und berühmt bemerkte, ich glaube, dass ein so unvorstellbar furchtbares Schauspiel wie die Bosheit und Leichtfertigkeit der immensen Menschenmenge von keinem Menschen vorgestellt werden könnte. Die Einstellung zu diesen öffentlichen Schauspielen begann sich im Laufe des Jahrhunderts zu wandeln. Das Aufkommen einer stärkeren Presse spielte eine bedeutende Rolle in dieser Veränderung. Zeitungen, die immer beliebter wurden, begannen, die Praxis zu kritisieren, indem sie ihre Unmenschlichkeit und das unziemliche Verhalten, das sie unter den Massen förderte, hervorhoben. Die Times beispielsweise äußerte sich häufig in Leitartikeln gegen die Barbarei dieser Spektakel und beeinflusste so die öffentliche Meinung. Ein bemerkenswertes Zitat aus einer Ausgabe der Times von 1864 lautete, der Anblick des Galgens erzeugt allmählich gerade die Gesetzlosigkeit, die er unterdrücken soll. Darüber hinaus war die viktorianische Ära eine Zeit wachsender Aufklärung und sozialer Reform. Fragen zur Moral, Gerechtigkeit und der Würde des menschlichen Lebens begannen aufzukommen und forderten die langjährigen Traditionen der öffentlichen Bestrafung heraus. Reformer und Intellektuelle, wie der Gefängnisreformer John Howard, plädierten für einen humaneren Ansatz in der Justiz, mit einem Fokus auf Rehabilitation statt Vergeltung. Dieser Wandel im Denken war allmählich, aber unverkennbar. Die letzte öffentliche Hinrichtung in England fand 1868 statt und markierte das Ende einer Ära. Die Hinrichtung von Michael Barrett, verurteilt wegen seiner Beteiligung am Finierbombenanschlag in Clerkenwell, zog große Menschenmengen an, doch die Stimmung war deutlich anders. Es herrschte eine Atmosphäre der Unruhe, eine wachsende Erkenntnis, dass das Schauspiel des Todes möglicherweise keine akzeptable Form der öffentlichen Unterhaltung oder Gerechtigkeit mehr darstellte. Die Abschaffung öffentlicher Hinrichtungen 1868 bedeutete nicht das Ende der Todesstrafe in England, spiegelte aber eine entscheidende Veränderung in der gesellschaftlichen Einstellung wider. Hinrichtungen wurden hinter Gefängnismauern verlegt, fernab der öffentlichen Sicht, und signalisierten damit eine Verschiebung hin zu einem privateren und ernsteren Ansatz der Justiz. Als das 19. Jahrhundert zu Ende ging, wurden die öffentlichen Hinrichtungen zu einer fernen, wenn auch lebhaften, Erinnerung im kollektiven Bewusstsein der Nation. Der Galgen, einst ein Symbol für Angst und Faszination, trat in den Schatten der Geschichte zurück. Hinter Eisentoren, die düstere Realität viktorianischer Gefängnisse. Im Herzen des viktorianischen Englands, einer Zeit, die für ihre kulturelle Raffinesse und industriellen Fortschritt bekannt war, lag eine deutlich andere Welt innerhalb der Mauern seiner Gefängnisse. Berüchtigte Einrichtungen wie Newgate und Pentonville standen als düstere Zeugnisse des damaligen Ansatzes zu Verbrechen und Strafe. Diese Gefängnisse waren mehr als nur Gebäude. Sie waren Symbole einer Gesellschaft, die mit den Konzepten von Gerechtigkeit, Reform und der Natur der menschlichen Moral rang. Die Geschichte der viktorianischen Gefängnisse beginnt mit einer Evolution im Denken. Vor dem 19. Jahrhundert waren Gefängnisse größtenteils Hafträume für Schuldner und diejenigen, die auf ihren Prozess oder ihre Strafe warteten. Jedoch als die 1800 fortgeschritten waren, durchlief die Philosophie der Inhaftierung eine signifikante Transformation. Das viktorianische Zeitalter sah den Aufstieg des Gefängnissystems als Mittel zur Reform, eine radikale Abkehr von den strafenden Galgen, die die Landschaft der Gerechtigkeit dominiert hatten. Das Newgate-Gefängnis mit seiner imposanten Struktur im Herzen Londons verkörperte diesen Wandel. Bereits aus dem 12. Jahrhundert stammend, hatte sich Newgate von einer mittelalterlichen Haftanstalt zu einer Schlüsselinstitution der Korrektur im viktorianischen Zeitalter entwickelt. Seine Mauern, die Jahrhunderte der Geschichte bezeugt hatten, beherbergten sowohl Kleindiebe als auch berüchtigte Verbrecher. Die Bedingungen dort waren hart und spiegelten die damalige Überzeugung wider, dass Strafe ein Abschreckungsmittel sei. Charles Dickens, der Newgate im frühen 19. Jahrhundert besuchte, beschrieb es als einen Ort hoffnungsloser Elendigkeit. Ein Gefühl, das von vielen, die sein Inneres erblickten, geteilt wurde. Pentonville, eröffnet in 1842, markierte eine weitere Evolution im Gefängnissystem. Es war entworfen, um das Trennsystem umzusetzen und wurde ein Modell für nachfolgende Gefängnisse. Gefangene waren voneinander isoliert. Eine Praxis, von der man annahm, dass sie zur Reflexion und Reformation ermutige. Die Einsamkeit sollte verhindern, dass Gefangene von ihren Mitgefangenen korrumpiert wurden. Eine zu jener Zeit neuartige Idee. Diese Isolation hatte jedoch oft nachteilige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Insassen. Eine Tatsache, die damals nicht vollständig verstanden oder anerkannt wurde. Das tägliche Leben eines viktorianischen Gefangenen war geprägt von strenger Routine und Disziplin. Das Regime in Gefängnissen wie Newgate und Pentonville war darauf ausgerichtet, Gewohnheiten von Ordnung und Fleiß einzuprägen. Die Gefangenen wurden zur Arbeit gezwungen, oft zu harter Arbeit wie dem Tretmühlengang oder der Kurbel, anstrengenden Aufgaben, die sowohl als Strafe als auch als Mittel dienten, die Gefangenen zu beschäftigen. Das Essen war karg und die Zellen waren einfach und kalt, mit minimalem Komfort. Es war ein Leben, das Thomas Hardy in seinem Roman Tess von den Dürberville eindringlich beschrieb, wo er das Gefängnis als einen Ort darstellt, wo die Sonne nie zu scheinen scheint. Das viktorianische Gefängnissystem hatte nicht nur seine Reformer und Kritiker. Elizabeth Fry, eine bedeutende Figur der Zeit, arbeitete unermüdlich daran, die Bedingungen für weibliche Gefangene und deren Kinder zu verbessern. Ihre Bemühungen führten zur Gründung der Association for the Improvement of the Female Prisoners in Newgate, die sich auf die Bereitstellung von grundlegender Bildung und moralischer Unterweisung konzentrierte. Fries Arbeit hob die oft übersehene Notlage von Frauen im Strafjustizsystem hervor und legte den Grundstein für zukünftige Reformen. Trotz dieser Reformbemühungen blieb die Realität der viktorianischen Gefängnisse für viele düster. Überfüllung war ein häufiges Problem, verschärft durch den Zustrom von Gefangenen infolge des blutigen Codes, der über 200 Verbrechen mit Gefängnisstrafe oder Tod bestrafte. Die Bedingungen in diesen überfüllten Gefängnissen waren reif für Krankheiten und Verzweiflung, weit entfernt von den Idealen der Reform und Rehabilitation, die von einigen vertreten wurden. Die Architektur der viktorianischen Gefängnisse mit ihren einschüchternden Fassaden und komplexen Netzwerken aus Zellen und Korridoren spiegelte die Komplexität des Systems selbst wieder. Diese Strukturen waren entworfen, um einzuschüchtern und Ordnung aufzuzwingen, mit hohen Mauern und schmalen Fenstern, die das Gefühl der Einschränkung und Überwachung verstärkten. Das berüchtigte Pentonville-Gefängnis mit seinem radialen Design ermöglichte eine ständige Beobachtung der Insassen, eine physische Manifestation der Philosophie von Kontrolle und Disziplin, die das System untermauerte. Schattenhafte Wahrheiten, das Anatomiegesetz und die dunkle Welt des Leichendiebstahls. Im frühen 19. Jahrhundert fiel ein makabrer Schatten über die medizinische Welt Englands. Dieser Schatten entstand aus einer grässlichen Praxis, die sich mit dem edlen Streben nach medizinischem Wissen verflocht, dem Leichendiebstahl. Das Anatomiegesetz von 1832, ein entscheidendes, aber umstrittenes Gesetz entstand als Reaktion auf diesen dunklen und heimlichen Handel und veränderte den Verlauf der medizinischen Wissenschaft und die öffentliche Wahrnehmung der Toten. Vor dem Gesetz war die Sektion menschlicher Körper für medizinische Forschung in England stark eingeschränkt und hauptsächlich auf die Leichen hingerichteter Krimineller beschränkt. Diese Einschränkung stellte eine bedeutende Herausforderung für die medizinische Ausbildung und Forschung dar, da die Versorgung mit legal erworbenen Leichen für die wachsenden Bedürfnisse der medizinischen Schulen BE weitem nicht ausreichend war. Im Schatten dieser Knappheit blühte ein unheimlicher Markt auf. Leichendiebe oder Auferstehungsmänner, wie sie ominös genannt wurden, begannen, medizinische Schulen mit auf illegale Weise beschafften Körpern zu versorgen. Die Praxis des Leichendiebstahls beinhaltete den Diebstahl von Leichen aus Friedhöfen, oft nur Stunden nach der Beerdigung. Die Auferstehungsmänner operierten unter dem Schutz der Nacht, ihre grässliche Arbeit in Geheimnis gehüllt. Besonders bekannt waren Burke und Hare, die in Edinburgh, Schottland und nicht in England operierten, deren Handlungen jedoch einen tiefgreifenden Einfluss auf das gesamte Vereinigte Königreich hatten. Im Jahr 1828 verursachten ihre Mordserien, begangen mit der Absicht, die Körper an medizinische Schulen zu verkaufen, öffentliche Empörung und hoben die dringende Notwendigkeit einer gesetzlichen Reform hervor. Die öffentliche Stimmung gegenüber dem Leichendiebstahl war eine von Horror und Abscheu. Die Entweihung von Gräbern traf eine tiefe Seite in einer Gesellschaft, in der religiöse und spirituelle Überzeugungen über die Heiligkeit des menschlichen Körpers nach dem Tod stark verankert waren. Anekdoten gibt es zuhauf von Verwandten und Freunden, die Wache an Gräbern hielten, um ihre Lieben vor den Klauen der Auferstehungsmänner zu schützen. Ein Londoner wurde mit den Worten zitiert, der Gedanke an sie, die Friedhöfe plündern, ist schrecklicher als die Pest selbst. Der Handel mit Leichen wurde zu einem öffentlichen Skandal. Und der Aufschrei erreichte einen Höhepunkt, den die Regierung nicht länger ignorieren konnte. Das Anatomiegesetz von 1832 wurde als Lösung für dieses grausame Problem eingeführt. Befürwortet von Sir Robert Peale legalisierte das Gesetz die Sektion gespendeter Körper und derjenigen nicht beanspruchter Personen, insbesondere der Armen, die in Arbeitshäusern starben. Während dieses Gesetz einen bedeutenden Fortschritt für die medizinische Wissenschaft darstellte und eine legitime und dringend benötigte Untersuchung der Anatomie ermöglichte, löste es auch Kontroversen aus. Das Gesetz wurde als diskriminierend gegenüber den Armen angesehen, da sie aufgrund ihrer Unfähigkeit, private Bestattungen zu bezahlen oder ihre Gräber zu sichern, eher auf dem Seziertisch landeten. Die Einführung des Anatomiegesetzes verringerte allmählich die Praxis des Leichendiebstahls, da die Versorgung mit legal erworbenen Leichen zunahm. Das Gesetz legte jedoch auch gesellschaftliche Spaltungen offen und warf ethische Fragen über den Umgang mit den Toten auf, insbesondere mit den Verarmten. Die Verabschiedung des Gesetzes spiegelte eine Gesellschaft wider, die mit wissenschaftlichem Fortschritt und moralischen Überlegungen rang. Ein Balanceakt zwischen den Bedürfnissen der Lebenden und dem Respekt für die Verstorbenen. Wie Thomas Walkley, Gründer von The Lancet, im Jahr 1832 bemerkte, das Anatomiegesetz war ein Gesetz für die Reichen und gegen die Armen. Diese Periode in der Medizingeschichte sah auch eine Veränderung in der Wahrnehmung des menschlichen Körpers und seiner Nützlichkeit für die Förderung medizinischen Wissens. Die Sektion von Körpern, die einst mit Verdacht und Angst betrachtet wurde, begann als wesentlicher Bestandteil der medizinischen Ausbildung anerkannt zu werden. Pionierende Anatomen wie Sir Astley Cooper wurden für ihre Beiträge zur medizinischen Wissenschaft bekannt, die teilweise durch die erhöhte Verfügbarkeit von Leichen für Studien ermöglicht wurden. Cooper, bekannt für seine bahnbrechenden Arbeiten in der Chirurgie, äußerte sich oft über die Unverzichtbarkeit der Sektion und sagte, die Toten lehren die Lebenden. Pfeifen im Nebel, der Beginn der modernen Polizei im viktorianischen London. In den labyrinthischen Straßen des viktorianischen Londons begann sich eine Revolution in der Strafverfolgung zu formen. Das Jahr 1829 markierte einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Polizei mit der Gründung des Metropolitan Police Service. Ein Ereignis, das die Landschaft von Verbrechen und Gerechtigkeit in England für immer verändern sollte. In dieser Ära erlebte die moderne Polizeiarbeit ihre Geburt. Ein Konzept, das sich von rudimentären Wachmännern zu einer organisierten Polizeikraft entwickelte und einen grundlegenden Wandel im gesellschaftlichen Umgang mit Gesetz und Ordnung verkörperte. Vor dieser Transformation war die Polizeiarbeit in London ein Flickenteppich. Wachleute und Gemeindepolizisten, oft unzureichend ausgebildet und schlecht bezahlt, patrouillierten durch die Straßen. Ihre Effektivität war begrenzt und ihre Autorität wurde häufig in Frage gestellt. Die wachsende Stadt mit ihrem dichten Nebel und dunklen Gassen stellte eine gewaltige Herausforderung für diese frühen Hüter des Friedens dar. Verbrechen waren weit verbreitet und das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese traditionellen Formen der Polizeiarbeit schwand. Der Katalysator für den Wandel kam von Sir Robert Peel, dem damaligen Innenminister, der im Jahr 1829 das Metropolitan Police Act einführte. Dieses Gesetz legte den Grundstein für den Metropolitan Police Service, eine einheitliche Kraft, die das gesamte Gross London patrouillieren sollte, mit Ausnahme der City of London, die ihre eigene Polizeikraft beibehielt. Peel, der die Notwendigkeit öffentlicher Unterstützung für eine effektive Polizeiarbeit verstand, betonte Prinzipien, die darauf abzielten, die Polizei als eine Einrichtung zu etablieren, die der Gemeinschaft diente. Seine Richtlinien, oft zusammengefasst durch den Spruch, die Polizei ist das Volk und das Volk ist die Polizei, unterstrichen die Bedeutung von Zusammenarbeit und Respekt zwischen der Polizei und der Bevölkerung. Die neue Kraft, umgangssprachlich als Bobbys, nach Robert Peel oder Peelers bekannt, war eine neue Erscheinung in London. In blauen Uniformen gekleidet, um sie vom Militär zu unterscheiden, waren diese Beamten nur mit einem Schlagstock, einer Pfeife für Signale und einem Satz Anweisungen bewaffnet, die Zurückhaltung und Professionalität betonten. Die Einführung dieser uniformierten Beamten traf zunächst auf Skepsis und sogar Feindseligkeit von der Öffentlichkeit, die an eine solche organisierte Überwachung nicht gewöhnt war. Die frühen Herausforderungen für die Metropolitan Police waren gewaltig. Die berüchtigten Slums von Gebieten wie Whitechapel und die Rookeries von St. Giles waren Brutstätten des Verbrechens, wo Beamte aus Sicherheitsgründen paarweise patrouillierten. Die Polizeiarbeit in diesen Gebieten erforderte nicht nur Mut, sondern auch ein tiefes Verständnis für die örtliche Bevölkerung. Es gibt viele Geschichten über frühe Beamte wie Charles Rowan und Richard Mayne, die ersten zwei Kommissare der Metropolitan Police, die das heikle Gleichgewicht zwischen Gesetzesdurchsetzung und dem Gewinn des Vertrauens der Gemeinschaften, denen sie dienten, meisterten. Einer der prägenden Momente in der Evolution der viktorianischen Polizeiarbeit war die Handhabung der blutigen Sonntag-Demonstration im Jahr 1887. Dieses Ereignis, bei dem eine Demonstration auf dem Trafalgar Square gewalttätig wurde, testete die Fähigkeit der Polizei, große Menschenmengen zu managen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die von der Polizei BA diesem und ähnlichen Ereignissen angewandten Taktiken legten den Grundstein für moderne Strategien zur Kontrolle von Menschenmassen. Die Polizeiarbeit im viktorianischen Zeitalter ging nicht nur um die Bekämpfung von Verbrechen. Es ging auch um soziale Ordnung und moralische Regulierung. Die Polizei war beauftragt, eine breite Palette von Gesetzen durchzusetzen, einschließlich solcher, die sich auf öffentliche Trunkenheit, vagabundieren und Moral bezogen. Diese Rolle platzierte sie oft an der Schnittstelle von Strafverfolgung und sozialen Diensten. Eine Position, die sowohl herausfordernd als auch entscheidend für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung war. Die viktorianische Polizei spielte auch eine entscheidende Rolle in der frühen Entwicklung von kriminaltechnischen Untersuchungsmethoden. Das Aufkommen von Detektiven in der Polizeikraft, zunächst als Zivilermittler, markierte den Beginn eines analytischeren Ansatzes zur Verbrechenslösung. Namhafte Persönlichkeiten wie der Detektivinspektor Frederick Eberlin, der am Jack the Ripper Fall arbeitete, wurden emblematisch für diesen neuen Detektivzweig. Obwohl der Ripper Fall ungelöst blieb, waren die während der Untersuchung angewandten Methoden wie die Verwendung von forensischen Beweisen und die Analyse von Tatorten frühe Vorstöße in Techniken, die später zu Grundpfeilern der kriminalistischen Untersuchung werden sollten. Das viktorianische Zeitalter erlebte auch die Einführung technologischer Fortschritte in der Polizeiarbeit. Das Telegraph zum Beispiel bot ein schnelles Kommunikationsmittel zwischen Polizeistationen und verbesserte so die Koordination und Reaktionszeiten erheblich. Darüber hinaus markierte die Einführung des Bertillon-Systems, einer Methode zur Identifizierung von Kriminellen anhand von Körpermaßen, einen frühen Versuch einer systematischen kriminellen Identifizierung, der der Einführung von Fingerabdrücken vorausging. Die Morgendämmerung der Detektion, die Wurzeln der forensischen Wissenschaft im viktorianischen Zeitalter. In den schattigen Ecken des viktorianischen Englands, inmitten der nebelverhangenen Straßen und gasbeleuchteten Gassen, entfaltete sich eine stille Revolution. Es war keine Revolution der Industrie oder Politik, sondern eine der Verbrechensaufklärung. Die viktorianische Ära, oft romantisiert für ihre Fortschritte in Literatur, Kultur und Gesellschaft, spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Geburt und Entwicklung der forensischen Wissenschaft. Dies war eine Zeit, in der die Wissenschaft begann, die Welt der kriminalistischen Untersuchung zu infiltrieren und sie von einer Kunst in eine Disziplin zu verwandeln, die auf empirischen Beweisen basierte. Eine der bedeutendsten Entwicklungen dieser Ära war die Entwicklung der Fingerabdruckerkennung. Die Verwendung von Fingerabdrücken als Identifikationsmittel war keine völlig neue Idee. Sie war bereits in der Antike und in verschiedenen Kulturen bekannt. Es war jedoch Sir Francis Galton, ein Cousin von Charles Darwin, der im späten viktorianischen Zeitalter begann, Fingerabdrücke systematisch zu studieren. Im Jahr 1892 veröffentlichte Galton sein Buch Fingerprints, in dem er Fingerabdrücke in verschiedene Typen klassifizierte, ihre Einzigartigkeit und Beständigkeit feststellte. Seine Arbeit legte den Grundstein für die Fingerabdruckanalyse, die bald zu einem der wichtigsten Werkzeuge in der Verbrechensuntersuchung werden sollte. Galton sagte berühmt, jede Hand eines Mannes ist anders und hinterlässt einen anderen Eindruck, so sehr wie der Klang seiner Stimme. Ein weiterer kritischer Entwicklungsbereich in der viktorianischen forensischen Wissenschaft war die Ballistik, die Untersuchung von Projektilen und Schusswaffen. In dieser Zeit begannen die Bemühungen, geschossespezifischen Schusswaffen zuzuordnen. Eine Technik, die sich später zu einem entscheidenden Ermittlungswerkzeug entwickeln sollte. Dr. Henry Goddard, ein Chirurg aus London, wird oft als einer der ersten zugeschrieben, der ballistische Beweise im Jahr 1835 verwendete. Er bemerkte einen einzigartigen Fehler in einer Kugel, die B.I. einem Mord verwendet wurde, und ordnete sie einer Form zu, wodurch der Mörder identifiziert wurde. Dieser Fall markierte eine der ersten Gelegenheiten, bei denen ballistische Beweise eine Schlüsselrolle bei der Aufklärung eines Verbrechens spielten. Die viktorianische Ära erlebte auch die Geburt der Toxikologie als forensische Disziplin. Dies war größtenteils auf die Arbeit von James Marsh, einem Chemiker zurückzuführen, der im Jahr 1836 einen Test zur Erkennung von Arsene im Körper entwickelte. Seine Methode, bekannt als Marsh-Test, war entscheidend im berüchtigten Fall von John Bodle, der verdächtigt wurde, seinen Großvater mit Arsene vergiftet zu haben. Mit diesem Test konnte Marsh die Anwesenheit von Arsene im Körper des Opfers nachweisen, was zu Bodles Geständnis führte. Marshs Test bot ein zuverlässiges Mittel zur Erkennung dieses Giftes und ebnete den Weg dafür, dass die Toxikologie ein integraler Bestandteil der forensischen Wissenschaft wurde. In dieser Zeit begann auch die Rolle des Pathologen Gestalt anzunehmen. Die forensische Pathologie, die Untersuchung von Krankheiten und Verletzungen im Kontext des Gesetzes, gewann zunehmend an Bedeutung. Eine bemerkenswerte Figur war Thomas Bond, der oft als einer der ersten forensischen Pathologen angesehen wird. Seine Analyse der Opfer von Jack the Ripper im Jahr 1888 lieferte eines der frühesten Beispiele für Täterprofilierung und zeigte das Potenzial der forensischen Pathologie in kriminalistischen Untersuchungen. Die viktorianische Ära erlebte auch das Aufkommen von Techniken der Tatortuntersuchung. Polizeibeamte und Detektive begannen die Wichtigkeit der Bewahrung von Tatorten und der Sammlung physischer Beweise zu erkennen. Diese Veränderung im Ansatz wurde teilweise durch die Arbeit von Pionieren wie Eugène Widoc, einem ehemaligen Kriminellen, der zum Detektiv wurde, beeinflusst, der den Wert physischer Beweise B, der Aufklärung von Verbrechen betonte. Die Fotografie, eine sich rasch entwickelnde Technologie während dieser Zeit, fand ebenfalls ihren Platz in der forensischen Wissenschaft. Alphonse Bertillon, ein französischer Polizeibeamter und Biometrie-Forscher, entwickelte ein System der kriminellen Identifikation basierend auf physischen Messungen und Porträtfotos. Obwohl sein anthropometrisches System schließlich von der Fingerabdruckerkennung überschattet wurde, war seine Verwendung der Fotografie zur Dokumentation von Tatorten und Kriminellen bahnbrechend. Bertillon sagte einmal, die Kamera lügt nicht, was die Bedeutung fotografischer Beweise B.E. der Erfassung unveränderlicher Wahrheiten eines Tatorts hervorhebt. Der Beitrag der viktorianischen Ära zur forensischen Wissenschaft bestand nicht nur in der Entwicklung neuer Techniken, es ging auch um eine sich ändernde Denkweise. Dies war eine Zeit, in der die Kunst der Detektion begann, die Strenge der wissenschaftlichen Methode anzunehmen und zu erkennen, dass Beweise und nicht Intuition der Eckpfeiler der kriminalistischen Untersuchung sein sollten. Figuren wie Sir Arthur Conan Doyle, der durch seinen fiktiven Detektiv Sherlock Holmes diesen Wandel in seinen Schriften einfing. Doyle, selbst ein ausgebildeter Arzt, verlieh Holmes einen wissenschaftlichen Ansatz zur Detektion und verwendete oft Methoden, die den tatsächlichen forensischen Techniken der Zeit ähnelten. Schatten der Schande, berüchtigte Verbrecher im viktorianischen England. Im schattenhaften Untergrund des viktorianischen Englands stieg eine Galerie von Schurken zu berüchtigter Notorietät auf. Ihre Geschichten, in das Gewebe der Ära eingewoben, erfassen einen faszinierenden Aspekt der viktorianischen Gesellschaft. Dies waren nicht nur gewöhnliche Kriminelle, sie waren Figuren, die durch ihre Taten zu Legenden in ihrer eigenen Recht wurden, gefürchtet und manchmal sogar von der Öffentlichkeit gefeiert. Eine solche Figur war Adam Worth, bekannt als der Napoleon der kriminellen Welt. Geboren in 1844 war Worths kriminelle Karriere von List und Kühnheit geprägt. Am berühmtesten war er für den Diebstahl von Thomas Gainsboroughs Gemälde, die Herzogin von Adventure, im Jahr 1876. Worths Leben des Verbrechens erstreckte sich über Kontinente, da er zahlreiche Raubzüge plante und sich einen Ruf als einer der geschicktesten Diebe der Ära erarbeitete. Seine Taten waren so bekannt, dass Sir Arthur Conan Doyle angeblich von Worth für seinen Charakter, Professor Moriarty, in den Sherlock-Holmes-Geschichten inspiriert wurde. Doyle bemerkte einmal, Der Kriminelle ist der kreative Künstler, der Detektiv nur der Kritiker. Ein weiterer berüchtigter Charakter war Charles Pease. Pease, ein Einbrecher und Mörder, war in den 1870ern aktiv und wurde zu einer der bekanntesten Figuren der Zeit. Seine kriminelle Karriere war eine Mischung aus Gewalt und List, die in einem Mord in Sheffield und einem anschließenden Verbrecherleben in London gipfelte. Peases Fähigkeit, der Gefangennahme zu entgehen, oft durch geniale Verkleidungen und listige Fluchten, faszinierte die Öffentlichkeit. Bei seiner Gefangennahme und Hinrichtung im Jahr 1879 waren die Zeitungen mit schaurigen Details seiner Verbrechen gefüllt, was die viktorianische Faszination für sensationelle und morbide Geschichten widerspiegelte. Abseits der Welt des Diebstahls und Mordes trifft man auf die Geschichte von Catherine Wilson, die als Giftpanik der viktorianischen Ära bezeichnet wurde. Wilson, eine Krankenschwester, wurde 1862 wegen mehrerer Vergiftungen verurteilt. Ihr Fall war nicht nur wegen der Art der Verbrechen sensationell, sondern auch wegen des gierigen Interesses der Öffentlichkeit an Details über Vergiftungen in dieser Zeit. The Times berichtete mit grimmiger Faszination über ihre Hinrichtung und bemerkte das unersättliche Interesse der Öffentlichkeit an den makabren Details ihres Falls. Dann gab es den Fall des Tichborn-Anspruchstellers. In einer Saga, die die viktorianische Gesellschaft fesselte, behauptete Arthur Orton, ein Metzger aus Wapping, Sir Roger Tichborn zu sein, ein vermisster Adliger, der für tot gehalten wurde. Der daraus resultierende Rechtsstreit in den 1860ern war eine Sensation, wobei die Öffentlichkeit jeder Wendung gespannt folgte. Der Fall, der in Ortons Entlarvung als Betrüger endete, wurde berühmt vom Richter seines Prozesses zusammengefasst. Nie in der Geschichte der Justiz hat es eine bemerkenswertere Geschichte der Erfindung einer Reihe von unverschämten und dreisten Lügen gegeben. Diese Kriminellen, berüchtigt zu ihrer Zeit, waren mehr als nur Gesetzesbrecher. Sie waren Symbole der Ängste und Faszinationen der viktorianischen Gesellschaft. Sie waren Gegenstand von Zeitungsartikeln, Penny Dreadfuls und öffentlichem Gossip, ihre Taten oft übertrieben und mythologisiert. Das viktorianische Zeitalter mit seiner Mischung aus schnellem sozialem Wandel, sich entwickelnder Strafverfolgung und einer wachsenden Medienlandschaft bot den perfekten Hintergrund dafür, dass diese Figuren überlebensgroß wurden. Schatten über dem Ozean, die Geschichte der Deportation in Strafkolonien in der viktorianischen Ära. Während der viktorianischen Ära fand eine sowohl erschütternde als auch transformative Praxis statt, die das Leben vieler Menschen und das Gefüge ganzer Gesellschaften für immer veränderte. Dies war die Ära der Deportation, eine gerichtliche Strafe, die tausende von Sträflingen von Großbritannien in entfernte Strafkolonien, vor allem nach Australien, verschiffte. Die Reise und das Leben in diesen Kolonien waren geprägt von Härte, Ausdauer und für einige von einer unerwarteten Chance auf einen Neuanfang. Die Praxis der Deportation begann lange bevor Königin Viktoria im Jahr 1837 den Thron bestieg, doch erreichte sie in der viktorianischen Ära ihren Höhepunkt und schließlich ihr Ende. Zwischen 1788 und 1868 wurden über 160.000 Männer, Frauen und sogar Kinder in die australischen Kolonien transportiert. Ihre Verbrechen reichten von kleinem Diebstahl oft das Ergebnis verzweifelter Armut bis hin zu schwerwiegenderem Vergehen. Das Hulksgesetz von 1776 hatte den Weg dafür geebnet, indem alte Schiffe in schwimmende Gefängnisse umgewandelt wurden, eine vorübergehende Lösung für die Überfüllung in britischen Gefängnissen, die letztendlich zur Praxis der Deportation führte. Für viele war das Urteil der Deportation einem Todesurteil gleichzusetzen. Die Reise nach Australien war gefährlich und unmenschlich mit Sträflingen, die monatelang in den Laderäumen von Schiffen zusammengepfercht waren. Die Bedingungen waren entsetzlich, Krankheiten, Unterernährung und Misshandlungen waren an der Tagesordnung. Die berüchtigte Reise der zweiten Flotte im Jahr 1790, wie er der über ein Viertel der Sträflinge auf dem Weg starben, veranschaulichte die Schrecken dieser Reisen. Bei der Ankunft in Kolonien wie New South Wales Van Diemens Land, später Tasmanien und Westaustralien sahen sich die Sträflinge einem harten und unvertrauten Land gegenüber. Sie wurden in verschiedenen Rollen eingesetzt, vom Bau von Infrastruktur bis hin zu Landwirtschaft und Schafzucht. Das Leben in den Kolonien war brutal und unerbittlich, mit strenger Disziplin und knappen Versorgungsmöglichkeiten. Die Sträflinge ertrugen lange Arbeitsstunden unter harten Bedingungen, oft bei extremen Verhältnissen, mit strengen und schnellen Strafen für Vergehen. Doch inmitten der Härten begann sich eine komplexe Gesellschaft zu formen. Nicht alle Geschichten über die Deportation waren Geschichten des Leids. Für einige bot sie eine Chance auf Wiedergutmachung und ein neues Leben. Freigelassene Sträflinge, bekannt als Emanzipists, führten oft erfolgreiche Leben, gründeten Unternehmen und integrierten sich in die entstehende koloniale Gesellschaft. Die Geschichte von Mary Ryby, im Alter von 13 Jahren wegen Pferdediebstahls deportiert, verkörpert dies. Sie wurde später eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ist heute auf der australischen 20-Dollar-Note abgebildet. Die sozialen Auswirkungen der Deportation gingen über die einzelnen Sträflinge hinaus. Sie spielte eine bedeutende Rolle BI der Kolonisierung und Entwicklung Australiens. Der Zustrom von Arbeitskräften half beim Aufbau der Infrastruktur der neuen Kolonien und legte den Grundstein für das moderne Australien. Diese Entwicklung ging jedoch zu erheblichen Kosten, insbesondere für die indigenen Bevölkerungen, die durch die europäische Besiedlung stark litten. Die Deportation hatte auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die britische Gesellschaft. Sie wurde als Möglichkeit angesehen, das Land nicht nur von Kriminellen zu befreien, sondern sie auch durch harte Arbeit und das Versprechen eines neuen Lebens zu rehabilitieren. Diese Dualität wurde in zeitgenössischen Berichten eingefangen, wobei einige sie als eine Chance für moralische Reform sahen, während andere sie als eine brutale und unmenschliche Praxis ansahen. Wie Charles Dickens, der die Deportation in seinem Roman große Erwartungen lebhaft darstellte, bemerkte, ich bin gebogen und gebrochen worden, aber ich hoffe in eine bessere Form. Die Praxis der Deportation endete im Jahr 1868, zu welcher Zeit sich die öffentliche Meinung und die Strafphilosophie gewandelt hatten. Das Ende der Deportation markierte den Abschluss eines bedeutenden Kapitels in der britischen und australischen Geschichte. Ein Kapitel, das von Schmerz und Härte, aber auch von Widerstandsfähigkeit und Transformation geprägt war. Das Erbe dieser Ära lebt weiter in der kulturellen und gesellschaftlichen Struktur Australiens, einer Nation, die teilweise von denen aufgebaut wurde, die nicht aus freien Stücken, sondern unter dem Schatten ihrer Vergangenheit und den Segeln der Sträflingsschiffe ankamen. Schatten von Whitechapel, Echos jenseits des Rippers. Im späten 19. Jahrhundert wurden die engen, gasbeleuchteten Straßen von Whitechapel, London, zum Synonym für Terror und Mysterium, größtenteils wegen des berüchtigten Jack the Ripper. Doch jenseits des Schattens des Rippers beherbergten die dunklen Gassen von Whitechapel andere finstere Geschichten. Weniger bekannt, aber ebenso bezeichnend für die problematische Zeit der Gegend. Diese Geschichten, oft von der Notorität des Rippers überschattet, zeichnen ein breiteres Bild der von Verbrechen geprägten und verarmten Bedingungen des viktorianischen Whitechapels. Ein bemerkenswerter Fall vor dem Ripper war der Mord an Emma Elizabeth Smith im Jahr 1888. Smith wurde von einer Bande angegriffen und ausgeraubt und starb später an ihren Verletzungen. Ihr Tod hob die Verbreitung von gewalttätigen Straßengangs in Whitechapel hervor, die die lokale Bevölkerung terrorisierten. Im Gegensatz zu den Opfern des Rippers waren Smiths Angreifer von Gier anstatt von einem Tötungswunsch getrieben, was die alltäglichen Gefahren für die in der Gegend lebenden Menschen exemplifizierte. Ein weiterer tragischer Fall war der von Alice McKenzie, ermordet im Jahr 1889. McKenzies Tod wies Ähnlichkeiten mit den Morden des Rippers auf, was zu Spekulationen führte, dass sie ein weiteres seiner Opfer war. Unterschiede in der Vorgehensweise deuteten jedoch auf einen anderen Täter hin, was darauf hindeutet, dass andere gefährliche Personen in den Schatten von Whitechapel lauerten. Das Jahr 1891 brachte mit dem Mord an Francis Coles einen weiteren erschreckenden Fall. Coles wurde mit durchschnittener Kehle unter einem Eisenbahnviadukt in Whitechapel gefunden. Ihr Mord, der nach dem vermutlich letzten Opfer des Rippers erfolgte, entfachte erneut Angst in der Gegend. Obwohl ihr Mörder nie eindeutig identifiziert wurde, trug das Verbrechen zur Erzählung von Gefahr und Gewalt B, die das Viertel definierte. Über diese individuellen Tragödien hinaus war Whitechapel ein Nährboden für kriminelle Aktivitäten. Die überfüllten Lebensbedingungen, Armut und die Nähe zu den geschäftigen Londoner Docks machten es zu einem Brutplatz für Verbrechen. Diebe, Betrüger und Kleinkriminelle waren alltäglich, sie machten Jagd auf Verwundbare und trugen zum gesetzlosen Ruf der Gegend B.I. Das dunkle Erbe von Whitechapel war nicht allein das Werk von Mördern. Die alltägliche Realität für viele seiner Bewohner war ein Kampf gegen Armut und Ausbeutung. Frauen waren besonders verletzlich in einer Gesellschaft, die ihnen wenig Schutz oder Möglichkeiten bot. Viele griffen zu persönlichen Dienstleistungen als Überlebensmittel, wodurch sie Gefahr liefen, Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt zu sein. Wie der Historiker Walter Besant im Jahr 1892 bemerkte, Whitechapel wird in der öffentlichen Meinung mit der Vorstellung von Elend, Schmutz, Armut und Verbrechen assoziiert. Beflüster in Tinte, die viktorianische Presse und das Spektakel der Gerechtigkeit. In den labyrinthartigen Straßen des viktorianischen Englands, wo Gaslampen flackerten wie das Flüstern der Nacht, etablierte sich die Presse als eine gewaltige Kraft, die die Konturen von Verbrechen und Bestrafung formte. Es war eine Ära, in der das geschriebene Wort Macht ausübte und Zeitungen wie die London Times, The Illustrated Police News und andere agierten sowohl als Spiegel als auch als Formgeber der öffentlichen Meinung. Die Penny Dreadfuls, billig gedruckte Seriengeschichten wie Varney der Vampir oder die Perlenkette, welche Sweeney Todd einführte, schürten weiterhin die morbide Neugier des Publikums mit ihren schaurigen Geschichten von Verbrechen und Blut. Die viktorianische Presse in ihrer Berichterstattung über Verbrechen war ebenso sensationell wie einflussreich. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere, erlebte einen Anstieg der Alphabetisierung und ein Verlangen nach Nachrichten, was einen fruchtbaren Boden für Zeitungen schuf. Kriminalgeschichten mit ihren grellen Details und moralischen Lektionen, verkauften Zeitungen. Der berüchtigte Fall von Jack the Ripper von 1888, bei dem ein Serienmörder durch die Straßen von Whitechapel streifte, ist ein Paradebeispiel. Die Presseberichterstattung war unerbittlich, mit Zeitungen wie der Times und dem Daily Telegraph, die detaillierte, oft sensationelle Berichte über die Morde und die darauf folgende polizeiliche Untersuchung lieferten. Die Besessenheit der Presse mit dem Ripper-Fall erstreckte sich auf wilde Spekulationen über die Identität des Mörders, wobei einige Zeitungen sogar Briefe erhielten, die angeblich vom Ripper selbst stammten. Dies schürte nicht nur öffentliche Angst, sondern setzte auch die Polizei unter Druck, den Mörder zu fassen und zeigte den Einfluss der Presse auf das Justizsystem. Die Darstellung von Verbrechen durch die viktorianische Presse hatte oft einen moralistischen Ton, der die sozialen Normen und Werte der Ära widerspiegelte und verstärkte. Die Berichterstattung über Kriminalität enthielt häufig detaillierte Beschreibungen des Kriminellen, seines Hintergrunds und mutmaßlicher Motive, was den Lesern ein lebendiges Bild vermittelte. Im Jahr 1861 sorgte die Sensation um den Fall Constance Kent, in dem ein 16-jähriges Mädchen ein brutales Verbrechen gestand, für Schlagzeilen in den Zeitungen. Der Fall, ausführlich von der Times behandelt, wurde zu einer nationalen Besessenheit, wobei die Presse jedes Detail von Kents Leben und Prozess genau unter die Lupe nahm. Diese Sensationslust veranlasste Oscar Wilde zu dem Kommentar, die Zeitungen machen ein Vermögen mit diesen Morden. Darüber hinaus spielte die viktorianische Presse eine entscheidende Rolle BA, der Gestaltung der öffentlichen Diskussion über Bestrafung. Der Übergang von öffentlichen zu privaten Hinrichtungen im Jahr 1868, eine Entscheidung, die durch die wachsende öffentliche Stimmung gegen das Spektakel öffentlicher Hinrichtungen beeinflusst wurde, wurde ausführlich in Zeitungen behandelt. Dieser Übergang markierte eine bedeutende Veränderung in der Wahrnehmung und Verwaltung von Gerechtigkeit, wobei die Presse ein kritischer Vermittler der öffentlichen Meinung war. Die Herangehensweise der viktorianischen Presse an die Kriminalberichterstattung war jedoch nicht ohne Kritiker. Einige Zeitgenossen sahen die Sensationalisierung von Kriminalnachrichten als eine Form der moralischen Korruption an, die eine öffentliche Faszination für das Makabre schürte und möglicherweise Kriminalität glorifizierte. Kritiker wie Matthew Arnold, ein prominenter Kulturkommentator der Zeit, beklagten die Rolle der Presse BE der Schaffung eines Spektakels aus Verbrechen und befürchteten, dass sie soziale Werte untergrabe. Arnold kritisierte die Massenpresse berühmt mit den Worten, Journalismus ist Literatur in Eile. Die Rolle der Medien bei der Aufdeckung von Ungerechtigkeiten im Rechtssystem verdient ebenfalls Erwähnung. Die Berichterstattung über den berüchtigten Fall von Adelaide Bartlett im Jahr 1886, die beschuldigt wurde, ihren Ehemann mit Chloroform ermordet zu haben, brachte mehrere Probleme in der Gerichtsmedizin und den rechtlichen Verfahren ans Licht. Der Morning Post und die Times boten umfangreiche Berichterstattung, die die Mehrdeutigkeiten und Mängel in den Beweisen gegen Bartlett hervorhob, die schließlich freigesprochen wurde. Dieser Fall illustrierte, wie die Presse die öffentliche Meinung beeinflussen und Zweifel an der Unfehlbarkeit des Justizsystems wecken konnte. Durch Anekdoten und detaillierte Berichte tat die viktorianische Presse mehr als nur informieren. Sie sensationalisierte und dramatisierte oft. Es war eine Zeit, in der die Grenzen zwischen Nachrichtenberichterstattung und Geschichtenerzählen verschwammen. Zum Beispiel wurde der Fall von Charles Pease, einem berüchtigten Einbrecher und Mörder, Ende der 1870er Jahre zu einer Mediensensation. Zeitungen wie The Illustrated Police News stellten ihn als Meisterkriminellen mit fast übernatürlichen Fähigkeiten dar. Diese Darstellung fesselte nicht nur die öffentliche Vorstellungskraft, sondern beeinflusste auch die Wahrnehmung von Kriminellen, oft als überlebensgroße Figuren. Die Rolle der Presse erstreckte sich auch auf die Beeinflussung rechtlicher Reformen. Der Aufschrei nach der Berichterstattung über die ungerechtfertigte Verurteilung von Adolf Beck im Jahr 1896, ein Fall von Verwechslung, der ausführlich vom Daily Telegraph berichtet wurde, führte zur Einrichtung des Court of Criminal Appeal im Jahr 1907. Es war ein Zeugnis für die Macht der Presse, rechtliche Veränderungen voranzutreiben, was die Worte des Journalisten Witte Stead widerspiegelte, der sagte, wären da nicht die Reporter, wüsste ich nicht, wie wir jemals etwas herausfinden würden. Journalisten und Zeitungen der Zeit, wie Witte Stead vom Paul Maul Gazette, waren nicht nur Beobachter, sondern aktive Teilnehmer an der Erzählung von Verbrechen und Gerechtigkeit. Steads investigativer Journalismus, insbesondere seine Serie Maiden Tribute of Modern Babylon von 1885, die den Austausch von persönlichen Dienstleistungen gegen Geld in London betraf, führte zu öffentlicher Empörung und zur Änderung von Gesetzen zum Schutz und Wohl von Kindern. In den Kopfstein gepflasterten Gassen und verrauchten Papps des viktorianischen Englands war die Presse der Trommelschlag, zu dem die öffentliche Wahrnehmung von Verbrechen und Gerechtigkeit tanzte. Es war eine Zeit, in der Zeitungen Reputationen aufbauen oder beschädigen, Angst oder Sympathie schüren und Reformen oder Widerstand anregen konnten. Die viktorianische Presse berichtete nicht nur über Verbrechen und Bestrafung. Sie webte sie in das Gewebe des öffentlichen Bewusstseins ein und hinterließ einen unauslöschlichen Abdruck in den Annalen der Geschichte. Schleier des Wagemuts, Straßenräuber und Gesetzlose im viktorianischen Zeitalter. In den schattigen Falten der viktorianischen Geschichte liegt eine fesselnde, doch komplexe Geschichte von Straßenräubern und Gesetzlosen. Es war eine Ära, die oft als eine Zeit strenger sozialer Normen und industriellen Fortschritts dargestellt wird, aber auch ihren Anteil an aufregenden Eskapaden und gesetzlosen Abenteuern hatte. Dieser Zeitraum, der den größten Teil des 19. Jahrhunderts umfasste, erlebte eine merkwürdige Zweideutigkeit, in der die Figuren der Straßenräuber und Gesetzlosen sowohl für ihre Verbrechen verurteilt, als auch in der Populärkultur romantisiert wurden. Das viktorianische Zeitalter war eine Zeit der Kontraste, in der die wachsenden Städte und expandierenden Eisenbahnen neben weiten, unpolizeilichen ländlichen Gebieten existierten. Es war in diesen Gebieten, dass die Legende des Straßenräubers gedieh. Obwohl das goldene Zeitalter des Straßenräubers hauptsächlich vor der viktorianischen Ära lag, überdauerte ihr Vermächtnis in Geschichten und Liedern. Eine solche Figur, deren Legende bis in die viktorianische Zeit reichte, war Dick Turpin, ursprünglich im frühen 18. Jahrhundert aktiv, wurde Turpin in William Harrison, Ainsworth's Roman, Rookwood, 1834, verewigt, wo seine berühmte Fahrt von London nach York auf seinem Pferd, Black Bass, lebhaft dargestellt wurde, was ihn in der viktorianischen Vorstellung verankerte. Dieses Gefühl wurde von Alfred Lord Tennyson in seinem Gedicht »Der Gesetzlose« wiedergespiegelt. Und ich bin ein müder, müder Gesetzloser, den die Menschen mit Hund und Horn jagen. Obwohl die Realität der Straßenräuber oft weniger glamourös war als die Geschichten, war ihr Bild in der Populärkultur das eines kühnen Schurken, eines Symbols des Widerstands gegen die Autorität. Diese Darstellung war weit entfernt von ihrem tatsächlichen Leben, das oft von Gewalt und Verzweiflung geprägt war. Straßenräuber wie Turpin wurden schließlich von der Weiterentwicklung der Strafverfolgungsmethoden und Veränderungen im Transportwesen überholt. Aber ihr mythischer Status wuchs nur in der viktorianischen Populärkultur. Das viktorianische Zeitalter sah auch die Romantisierung von Gesetzlosen im fernen amerikanischen Westen, ein Phänomen, das einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kultur der Ära hatte. Jesse James, eine Figur, die für ihre Bank- und Zugüberfälle nach dem amerikanischen Bürgerkrieg bekannt war, wurde zum Volkshelden. Trotz seiner kriminellen Taten, zu denen Mord gehörte, wurde er oft als eine Art Robin Hood dargestellt, der gegen die wahrgenommenen Ungerechtigkeiten der Rekonstruktionsära kämpfte. Ähnlich wurde Billy the Kid, der Ende der 1870er Jahre aktiv war und für seine Rolle im Lincoln County War bekannt ist, trotz seiner gewalttätigen und gesetzlosen Wege zu einem Symbol der ungebändigten Grenze. Die Faszination für diese Gesetzlosen wurde durch den Aufstieg der populären Literatur und des Theaters weiter verstärkt. Penny Dreadfuls billig produzierte Serienliteratur enthielten oft Geschichten über kühne Straßenräuber und Gesetzlose. Diese Geschichten, obwohl sensationalisiert, boten dem Arbeiterpublikum eine Flucht, die es ihnen ermöglichte, ein Leben weit entfernt von ihren täglichen Kämpfen zu erleben. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Figur von Ainsworths Jack Shepard, einem Roman, der 1839 veröffentlicht wurde. Basierend auf einem realen Verbrecher des 18. Jahrhunderts fesselte die Darstellung von Shepard als charismatischer und gerissener Entfesselungskünstler die viktorianischen Leser. Seine zahlreichen Gefängnisausbrüche und kühnen Verbrechen waren legendär und inspirierten Theaterstücke und weitere literarische Werke, obwohl das wirkliche Leben Shepards brutal und kurz war. Die Faszination des viktorianischen Zeitalters für Straßenräuber und Gesetzlose spiegelte sich auch in seiner Kunst und Poesie wieder. Alfred Neues Ballade, Der Straßenräuber, veröffentlicht in 1906, obwohl postviktorianisch, wurzelte in der romantisierten Vision des Straßenräubers des Zeitalters. Die lyrische Qualität und tragische Romantik des Gedichts verkörperten die anhaltende Anziehungskraft dieser Figuren in der kulturellen Vorstellung. Die Realität dieser Straßenräuber und Gesetzlosen war oft deutlich anders als ihre romantischen Darstellungen. Ihr Leben war geprägt von Gewalt, Verzweiflung und oft einem düsteren Ende. Zum Beispiel wurde der echte Dick Turpin schließlich gefangen genommen und 1839 gehängt. Ein weit weniger glorreiches Ende, als seine fiktiven Eskapaden vermuten lassen würden. Dieser Kontrast zwischen Realität und Romantik spricht für die komplexe Beziehung des viktorianischen Zeitalters zu Verbrechen und Rebellionen. Auf der Suche nach Schatten, die Morgenröte der Detektivliteratur im viktorianischen England. Im Herzen der viktorianischen Ära, einer Zeit, die durch schnelle Industrialisierung, soziale Umwälzungen und globale Expansion geprägt war, entstand ein Literaturgenre, das die Fantasie der Öffentlichkeit wie nie zuvor fesselte. Die Kriminalliteratur. Es war eine Zeit, in der die nebelverhangenen Straßen Londons nicht nur Wege waren, die die Stadt verbanden, sondern eine Leinwand für eine neue Art von Helden, die Detektive. In diesen belebten Gassen begaben sich Charaktere wie Sherlock Holmes, geboren aus der Feder von Arthur Conan Doyle, auf ihre Suche nach Wahrheit und legten den Grundstein für ein Genre, das Generationen von Lesern begeistern würde. Die Geburt der Kriminalliteratur in der viktorianischen Ära lässt sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Es war eine Zeit, die durch eine einzigartige Mischung aus Neugier, Skepsis und einem unermüdlichen Streben nach Wissen gekennzeichnet war. Edgar Allan Poe, der oft als Pionier des Krimi-Genres angesehen wird, stellte der Welt C. Auguste Dupin in Die Morde in der Rue Morgue im Jahr 1841 vor. Obwohl Amerikaner, überquerte Poes Einfluss den Atlantik und säte die Samen für das, was zu einem typisch britischen Genre werden sollte. Es war jedoch Sir Arthur Conan Doyle, ein schottischer Arzt und Autor, der die Kriminalliteratur in der viktorianischen Ära wirklich unsterblich machte. Im Jahr 1887 stellte Conan Doyle Sherlock Holmes in eine Studie in Scharlachrot vor, veröffentlicht in Beaton's Christmas Annual. Holmes, ein exzentrischer, brillanter Detektiv in der Baker Street 221b, London eroberte mit seiner scharfen Beobachtungsgabe, logischem Denken und einem Hang zum Dramatischen die Vorstellungskraft des Publikums. Dr. John Watson, sein treuer Freund und Chronist, bot den Lesern eine Linse, durch die sie Holmes' Abenteuern folgen konnten. Conan Doyles Schöpfung war nicht nur ein Charakter, sondern ein Symbol, das die Faszination der viktorianischen Ära für Wissenschaft, Vernunft und die Mysterien, die im Schatten des Fortschritts lagen, verkörperte. Die Kulisse dieser Geschichten war nicht weniger wichtig als die Charaktere. Das viktorianische London mit seinen gasbeleuchteten Straßen, dichten Nebeln und dem starken Kontrast zwischen dem Reichtum der Wohlhabenden und dem Elend der Armen, bot die perfekte Kulisse für Kriminalgeschichten. Die Stadt selbst wurde zu einem Charakter, deren labyrinthartige Straßen und dunkle Gassen mit Geheimnissen widerhalten, die darauf warteten, von Holmes und anderen aufgedeckt zu werden. Die Beliebtheit der Kriminalliteratur zu dieser Zeit spiegelte auch die gesellschaftlichen Veränderungen wider. Die Gründung der Metropolitan Police im Jahr 1829, die Einführung der Detektivabteilung im Jahr 1842 und das wachsende öffentliche Interesse an Verbrechen und forensischer Wissenschaft spiegelten sich in diesen Geschichten wider. Die realen Figuren wie Jack the Ripper, dessen berüchtigte Verbrechen im Jahr 1888 ungelöst blieben, erhöhten nur die Anziehungskraft einer Figur wie Sherlock Holmes, der immer seinen Mann fing. Die Kriminalliteratur bot ein Gefühl von Ordnung und Gerechtigkeit, das im wirklichen Leben oft fehlte. In einer Welt, die mit den Unsicherheiten der industriellen Revolution und der Komplexität des städtischen Lebens rang, diente die Figur des Detektivs als Leuchtfeuer der Rationalität und Wahrheit. Holmes mit seinen bemerkenswerten deduktiven Fähigkeiten repräsentierte einen Triumph des Intellekts über das Chaos. Ein Thema, das tief mit den viktorianischen Lesern resonanzfähig war. Das Genre war nicht auf Conan Doyle und seine Schöpfung beschränkt. Wilkie Collins mit Werken wie Der Monddiamant 1868, oft als der erste vollständige Kriminalroman in englischer Sprache angesehen, und Die Frau in Weiß 1859 trug wesentlich zum Genre bei. Seine Verwendung mehrerer Erzähler und sein Fokus auf das Mysterienelement legten einen Bauplan fest, dem viele spätere Kriminalgeschichten folgen würden. Der Einfluss der Kriminalliteratur ging über die Literatur hinaus. Sie durchdrang die Populärkultur mit Theaterstücken, Parodien und späteren Filmadaptionen. Sherlock Holmes wurde zu einem kulturellen Symbol. Seine Mütze und Pfeife wurden synonym mit der Figur des Detektivs. Die Geschichten waren nicht nur Unterhaltung. Sie waren ein Spiegel der Werte, Ängste und Bestrebungen der viktorianischen Ära. Seine Aphorismen wie, es ist ein großer Fehler zu theoretisieren, bevor man Daten hat, fanden Wiederhall in einer Gesellschaft, die tief in der empirischen und rationalen Welt verankert war. Arthur Conan Doyle fand sich während seiner Karriere sowohl fasziniert als auch gequält von seiner Schöpfung. Holmes' Popularität überschattete Doyles andere literarische Werke, was ihn einmal veranlasste zu bemerken. Ich fürchte, Sherlock Holmes hat meine ernsthaftere literarische Arbeit etwas in Schatten gestellt. Doch genau diese Schöpfung etablierte fest Doyles Platz in der Literaturgeschichte und den Annalen der Kriminalliteratur. Während wir zurück in die Gegenwart tauchen, hinter uns die schattigen Straßen und geflüsterten Geschichten der viktorianischen Ära lassend, verabschieden wir uns von einer Zeit starker Kontraste und tiefgreifender Veränderungen. Von den wachsamen Augen von Sir Robert Peels Schutzleuten bis zum rätselhaften Schweigen von Jack the Ripper haben wir eine Zeit durchquert, in der das Echo von Verbrechen und das Klirren der Gerechtigkeit eine Gesellschaft am Rande der Moderne formten. In dieser Ära von Gaslicht und Nebel schien jeder Pflasterstein eine Geschichte zu halten, jede Gasse ein Geheimnis. Es war eine Zeit, in der die Tinte der Presse Geschichten von Horror und Heldentum gleichermaßen webte, eine Nation fesselte und den Lauf der Kriminaljustiz für immer veränderte. Wie Charles Dickens treffend bemerkte, es war die beste der Zeiten, es war die schlimmste der Zeiten. Die viktorianische Ära, ein Teppich menschlicher Erfahrungen, erinnert uns an unsere fortwährende Suche nach Gerechtigkeit und Verständnis inmitten der Komplexität der Gesellschaft. So schließen wir dieses Kapitel und kehren in unsere eigene Zeit zurück, nehmen wir die Lektionen und Vermächtnisse der Vergangenheit mit. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise durch die Schatten der Geschichte begleitet haben. Bis zum nächsten Mal, möge unsere Erforschung von gestern unseren Weg heute erhellen. Auf Wiedersehen und passen Sie auf sich auf.